Wir haben die Hausfassade neu gestrichen, damit die Graffiti-Sprayer vielleicht unsere Kunst auch anerkennen und nicht ihre Kunst darüber schmieren. Die Gegend ist bescheiden. Ich finde die eigentlich sehr schön, auch mit den alten Häusern, die noch stehen und es gibt verschiedene Parks, in die man gehen kann. Das ist schade. Es könnte so viel gemacht werden hier in Neumünster, dass Neumünster als Wohnort auch attraktiver wird. Ein ganz großes Thema, gerade hier in Neumünster, ist natürlich im Moment das Thema Sicherheit. Man hat so das Gefühl, es wird nicht wirklich was getan, um die Situation zu verbessern. Vielen Dank. Vielen Dank.